Hallo liebe Social-Media-Freunde, willkommen zu unserem heutigen Immo-Friday. Mein Name ist Valeria Veluso und heute zeigen wir Ihnen ein schönes Einfamilienhaus hier in Sprentlingen in zweiter Bebauungsreihe mit 135 Quadratmeter Wohnfläche. Am besten gucken Sie mal, schauen Sie sich das an. So, dann sind wir leider auch schon fertig mit unserem heutigen Immo-Friday. Ich hoffe, es hat euch hier gefallen. Ich fasse es noch mal zusammen. Wir haben ein Einfamilienhaus in zweiter Bebauungsreihe mit 135 Quadratmeter Wohnfläche und einem wunderschönen großen Wohnzimmer mit Kamin. Wintergarten und großer Garten ist auch dabei. Also, wenn es euch gefallen hat, dann fragt uns an, aber teilt und liked es auch. Wir freuen uns auch auf eure Kommentare. Wir sind die W&F Wohnfinanz, die etwas anderen Markter. Wir begeistern unsere Kunden.